bin ich hier echt richtig aufgehoben der richtige parkplatz oder soll ich mich doch lieber woanders hinstellen so und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge von die kindle ingenieure heute schauen wir uns mal eine frage an die uns immer wieder erreicht die ja über die auch wir uns schon die einen den ein oder anderen gedanken gemacht haben aufgrund von angeboten die wir da bekommen haben und zwar ja self publisher verlag oder hybrid was ist die richtige wahl wie sollte man sich entscheiden was sind pros und kontras das ganze in ja einfach mal um zum nachdenken anzuregen self publishing ist nämlich nicht was für jedermann man muss sehr viel mehr leisten als wenn man beispielsweise bei einem verlag ist deshalb ja schauen wir uns mal ganz kurz an was die aufgaben eines self publishers denn überhaupt sind wir müssen im prinzip als self publisher alle tätigkeiten übernehmen die sonst ein verlag für uns übernehmen würde und das reicht sehr sehr weit und normalerweise bei dem verlag sind wir nun mal autoren können uns voll und ganz aufs schreiben konzentrieren was eine wundervolle tolle sache ist was uns aber eben in vielerlei hinsicht eben auch limitiert deshalb ja schauen wir uns mal an was die verlagstätigkeiten unter anderem sind sowas wie buchhaltung zum beispiel ja ich meine kriegst von dem verlag einfach nur eine tantieme ausbezahlt vielleicht einmal im jahr während du wenn du bei self publish dann musst du eine umsatzsteuer voranmeldung abgeben du musst ja deine einnahmen ausgaben sauber in einer überschuss rechnung wenn du einzelunternehmen oder gbr bist oder eben sogar bilanzieren bei einer gmbh ja all das buchhaltung ist umfangreich und sehr zeitintensiv darum müssen wir uns definitiv kümmern um die pr ja alles was public relations ist e mail anfragen beantworten und so weiter und so weiter machen wir als self publisher alles allein da haben wir niemanden der uns der hälfte sei denn wir würden uns zum beispiel eine assistenz holen administration und organisation ja wann man krieg was allein schon aufgrund dessen dass wir deutlich mehr aufgaben haben müssen wir natürlich uns auch besser administrieren organisieren insofern auch das so ein thema marketing über das sprechen wir immer oder eigentlich ja immer immer wieder und marketing ist eben das wichtige instrument das wir als self publisher haben über das wir auch volle kontrolle haben und was letzten endes eben auch ja mindestens 50 prozent über den erfolg entscheidet denn ein gutes buch ohne marketing wird sicherlich nicht besser verkauft werden als ein schlechtes buch mit gutem marketing conversion tracking ja gerade wenn man von marketing spricht eben wie haben sich meine zahlen entwickelt aufgrund von diverser marketing maßnahmen die ich getroffen habe davon siehst du auch in unserem kurs gibt es gibt es jede jede menge die eigentlich auch höchst und wenigen bekannt sind vor allem nicht ja in der nachhaltig orientierten form wie wir das betreiben conversion tracking wichtiges thema social media ja die kanäle zu bespielen kostet viel arbeit kostet viel mühe wird aber auch von den verlagen immer mehr verlangt dass das ihre autoren auch machen einfach um die fanbase zu binden um ja die lese auch bei der stange zu halten das lektorat ja kostet mal normales lektorat kostet mal mindestens 1000 euro korrektorat bist mit 500 euro sofort dabei buchsatz und design ja cover gutes cover kostet nun mal 500 euro aufwärts buchsatz ist auch nicht günstig also all das sind dinge die müssen wir als self publisher selbst übernehmen oder eben entsprechend auslage und somit eben vor finanzieren das ist das tolle das übernimmt ein verlag natürlich für uns das heißt beispielsweise haben wir jetzt von ich vor einem halben jahr denke ich oder sowas ein angebot vom finanzbuch verlag bekommen ob ich für die ein buch schreiben möchte habe ich bis jetzt nach hinten verschoben weil es für mich eigentlich weniger attraktives aus einer finanziellen sicht weil ich weiß dass das ich eben da komme ich jetzt gleich drauf als self publisher höchstwahrscheinlich mehr daran verdiene für mich ist eher was aus reputationssicht um mich eben auch verlagsautor schimpfen zu können wobei das letzte ich meine in deutschland ist einfach so da ist vieles ja wir gucken sehr auf die namen und sehr auf das was jemand ja auf dem papier stehen hat und wenn das dann da eben verlagsautor steht dann glauben wir dem vielleicht unter umständen sogar mehr ja was sind die vorteile für self publisher du hast es selbst in der hand ja du kannst deutlich höhere tantiemensätze generieren oder was heißt generieren du hast halt höhere tantiemensätze ist bei amazon kdp beispielsweise 30 prozent bis ebooks bis 2 euro 98 einschließlich und ab 10 euro zwischen 299 und 999 sind es eben 70 prozent dann 60 prozent vom taschenbuch natürlich nach abzug der druckkosten und der der mehrwertsteuer die aber bei büchern ja glücklicherweise bei taschenbüchern sieben prozent beträgt bei ebooks sind 19 insofern können wir da ja bei 70 prozent fürs ebook natürlich auch was die preise angeht das habe ich jetzt hier gar nicht aufgeführt mehr verdienst erzeugen wir können einen krasseren preiskampf angehen als es verlagsautoren machen können beziehungsweise sie haben ohnehin kaum mitspracherecht was die preissetzung angeht weil verlage eben die ganzen kosten eben sowohl auf ebook als auch auf taschenbuch umwälzen und somit eben oder deshalb eben auch viele ebooks fast dasselbe kosten wie die taschenbücher da haben wir als self publisher riesen chancen weil eben ja sag ich mal bis sieben acht euro neun euro kaum verlags ebooks zu haben sind das heißt wir können deutlich mehr verdienen können natürlich auch weniger verdienen je nachdem wie gut wir unsere marke aufbauen all dinge all das dinge die wir auf unserem blog auf dem youtube kanal und vor allen dingen in unseren kursen eingehend behandeln wir sind oder können deutlich kreativer sein einfach weil wir alles machen dürfen ja weil wir uns zum beispiel auch im cover design ausspinnen können zumindest deutlich besser unsere ideen einbringen können auch beim buchsetz beim design beim layout wir können uns auch für gewisse formulierungen entscheiden die uns vielleicht einem verlagslektor einfach ja nicht genehmigen würde unser inhalt ist voll und ganz unsere eigene entscheidung das schon toll die lernkurve ist dementsprechend weil wir uns um alles kümmern müssen was ich eingangs bei der ersten folie ja schon gesagt habe deutlich steiler wir lernen so viel über marketing über markenaufbau über distribution über logistik über alles was nach dem marketing noch kommt über schreibtechnik all das dürfen wir uns als self publisher eben 100 prozent auf die eigene kappe schreiben und eben alles selbst lernen während es beim verlag eben uns ja stärker auf unsere kernkompetenz beschränkt das heißt wir haben deutlich mehr kontrolle und deutlich mehr einfluss auf alle faktoren was wiederum entweder positiv oder negativ sein kann je nachdem wie viel zeit wir gewillt sind darin zu investieren letzten endes bedeutet es so oder so eben mehr arbeit ja das weiß nicht ob das ein vorteil ist selbst haben auf jeden fall mehr arbeit als autoren bei verlagen ja für was sollst du dich jetzt oder kannst du dich dann entscheiden die qual der wahl hast du ja ich kann dir die nicht abnehmen ich kann dir eben nur diese paar anhaltspunkte geben wir sind als self-pull beziehungsweise in die autoren wie wir uns lieber bezeichnen super happy wie gesagt haben haben nach wie vor verlags angebote auf dem tisch die mittlerweile sogar so weit gehen dass sie uns 50 50 provision anbieten was für einen verlag nicht unbedingt die regel ist normalerweise spricht man so sieben bis 15 prozent an thema ungefähr vom netto laden preis insofern 50 50 wäre schon tolle sache verlag bietet natürlich auch die chance deutlich einfacher in den buchhandel zu kommen während wir das als self publisher in die autoren nicht ganz so einfach schaffen jens und ich sind ja da gerade dabei unsere bücher eben auch fest in den buchhandel zu bekommen sind auch auf recht guten weg einfach durch die durch die bar sortimente auch dazu wird es diverse videos und auch einen kurs geben weil das sehr sehr umfangreich ist und aber sehr sehr lukrativ also wir haben alleine jetzt in eineinhalb monaten durch diese tätigkeiten noch mal zweieinhalb tausend euro zusätzlich verdient insofern ja also das geht als self publisher auch aber nicht so einfach wie bei einem verlag in eben entsprechende buchhandlungen zu kommen und eben dementsprechend auch die sichtbarkeit im offline buchhandel und der ja immer noch über 80 prozent des gesamten buchhandels ausmacht das online buchgeschäft machte nur 20 prozent aus eben ja da zu gewinnen beim verlag ja ist er etwas der für jemanden der sagt ich will mich voll und ganz auf schreiben konzentrieren ich will mit dem ganzen anderen soms überhaupt nichts zu tun haben ich bin auto ich will nur das machen dann denke ich ist der verlag auf jeden fall die bessere option ganz einfach weil man ja sich dann nicht den kopf um die anderen dinge zerbrechen muss und eben man da daneben profis hat die einem entsprechende ja die expertise liefern und das für einen machen eine dritte möglichkeit gibt es natürlich das hybrid autoren dasein auch etwas oder etwas das ich wahrscheinlich dann sein werde sobald ich für den finanzbuch verlag eben auch das buch veröffentlicht habe weil ich dann sowohl self publisher als auch verlags autor bin hybrid macht aus meiner sicht durchaus sinn vor allem dann wenn man entsprechend die angebote bekommt und nicht lange irgendwie seine manuskripte einschicken muss weil weil es einfach sehr viel zeit und mühe kostet und in der regel ist es und die erfahrung machen wir und sehen wir jetzt auch bei etwas erfolgreicheren self publisher ist es so dass verlage auf dich aufmerksam werden wenn du als self publisher oder in die autor erfolgreich bist und gewisse erfolge schon vorweisen kannst dann kommen die von ganz alleine auf dich zu und dann kannst du dir eben entsprechend hast du dann auch schon eine bessere verhandlungsposition ja du kannst du schon sagen ich habe schon eine fanbase ich habe schon interessenten ich habe mir eine marke aufgebaut ihr profitiert letzten endes ja auch von meinem namen von meinen von meinem design das vielleicht schon corporate identity mäßig irgendwie im buchmarkt sich etabliert hat und so weiter und so weiter und dafür möchtest du eben auch bessere konditionen haben als autor und dann lohnt sich eine hybrid autorenschaft oder kann sich eine hybrid autorenschaft durchaus lohnen das heißt ja letzten endes fallen da viele faktoren in die entscheidungsfindung rein deshalb ist es nicht mal schnell so gesagt wir persönlich sind absolute happy in die autoren self publisher weil wir einfach wahnsinnig gern alles machen und die dinge die wir halt in denen wir keine super experten sind wie cover design lektorat buchsatz die lagern wir eben ganz einfach aus ja ich hoffe das hat dir gefallen das video dann gibt dem video bitte einen daumen hoch abonniere unseren kanal es kommen jetzt jeden tag wirklich neue videos rein dann check unsere kostenlosen e mail kurse auf kindle ingenieure.de da kriegst du sowohl anfänger als auch fortgeschrittene je nachdem eben schreibt techniken oder marketing tipps und tricks von uns an die hand wirklich top wir haben spezielle kurse für in die autoren zwei davon sind ebenfalls kostenlos auch unter dem video der link dazu ja wenn du unsere wenn du tiefer einsteigen willst dann guck dir in unsere kurs in unserem kurs universum einfach mal ein bisschen an was wir dazu bieten wirklich die top kurse in die autoren bereich und jetzt endlich draußen unsere neue keyword und kategorien software der kindle ingenieur mit der du wunderbar keywords und kategorien analysieren kannst nach bestseller rängen nach nach suchvolumina und ja und damit letzten endes deine verkäufe auch noch mal boosten kannst ich wünsche dir was hat mich gefreut dass du wieder dabei warst bis demnächst